Ja, hallo und willkommen hier zur sechsten Folge Supermassive 1914 mit Südkermann auf der 500er Community Karte. Wir haben's, Tag Nummer 6 und wir stehen auf Platz 11 mit 13 Siegpunkten. Ja, man muss sagen, es geht gut voran, auch was die Provinzen angeht, kämpfen wir uns langsam aber sicher nach vorne. Wir sind jetzt gerade so zwar noch auf der ersten Seite hier mit drauf, ich hoffe aber, dass sich das dann demnächst ändert. Achso, nee, war falsch startiert, Entschuldigung, mein Fehler. Hoffe aber halt, dass sich das in der nächsten Zeit legt und wir dann hoffentlich hier immer weiter nach Norden kommen. Es sind bis zu an Platz 1 Nationen nicht mehr so viele Provinzen, acht Stück an der Zahl. Das sollte machbar sein, das wäre theoretisch jetzt hier die eine Nation. Also ich sag mal so, es ist nicht so viel und es sollte auch ohne Probleme möglich sein und wir sollten das auch hinbekommen. Ähm, dann kommen wir jetzt erstmal zu Aquila, der startet jetzt hier den Angriff. Da bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. 73er Verteidigung, 92er Angriff. Ah, hoffentlich übernimmt er sich da nicht. Ich bin aber unterm Strich noch recht gut, aber ich hätte glaube ich hier die Kavallerie zumindest noch mit dazu gezogen. Aber ich hau ihm jetzt einfach mal zu, dass er weiß, was er tut. Ähm, abgesprochen ist jetzt quasi, dass er sich hier so ein bisschen so den Teil nimmt, sag ich mal. Also hier die Stahlprovinz auch noch so, also den Bereich, weil er halt Material Sorgen hat. Und wir werden uns hier die Provinzen holen, da haben wir dann auch nochmal ein bisschen Material dabei. Aber besonders Schiele hier auf die beiden Doppelprovinzen, die für uns glaube ich sehr wichtig sind. Gerade Material und Nahrung können wir glaube ich sehr gut gebrauchen. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile hier unsere Armee geformt. Die 25. Sturmtruppenarmee, ähm, die wird heute Nacht wahrscheinlich dann losrennen. Also ich werde wahrscheinlich so den Angriff so gegen 1 Uhr nachts starten. Ich habe schon mal geguckt, wir sind ungefähr 6 Stunden unterwegs. Das heißt, wir sind früh um 7 Uhr dann am Ziel. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ähm, von der Zeit her, wie ich es mache. Vielleicht mache ich es auch ein bisschen schwer. Wenn ich, sag ich mal, wenn ich jetzt loslegen würde, dann würden wir 2 Uhr 38 ankommen. Das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Oder ich sage, ich warte noch ein bisschen, bis die Truppen hier vielleicht noch da sind. Ah, ne, das ist zu spät auf jeden Fall. Das machen wir auf keinen Fall. Da müssen wir einfach mal gucken, weil das Problem ist, wenn wir die Armee verlieren, dann verlieren wir wirklich alles. Also die ist unser letztes Standbein. Wir haben jetzt noch 80 Einheiten. Davon sind 48 hier. Also dann haben wir halt, also wenn die weg ist, dann ist wirklich alles weg. Dann ist Hopfen und Malz verloren. Also die müssen wir definitiv in irgendeiner Form halten. Ähm, wir müssen halt bedenken, dass wir einen 25-Minuten-Sprung ungefähr haben. Sprich, wenn die 2.40 Uhr ankommt, heißt, ich müsste 2. Uhr 15 müssten wir im Zweifel spätestens den Angriff abbrechen. Ähm, das wäre theoretisch eine Option. Praktisch ist jetzt die Frage, was hier noch passiert. Also ich meine, ich denke mal, er wird wissen, was ihm hier blüht. Ähm, ja, es ist, ich bin sehr, ich weiß es noch nicht, ich bin jetzt sehr vorsichtig geworden. Andere Überlegung war, wäre es gewesen, jetzt einfach erstmal hier noch ein bisschen was abzuspalten. Und, äh, im Norden lang zu gehen. Das hatte ich auch noch kurz überlegt gehabt. Dass wir einfach sagen, wir gehen hier nochmal rum. Ähm, das wird aber wahrscheinlich auch nicht von Erfolg gekrönt, da hätten wir die Armee hier noch brauchen können. Aber wir mussten ja unbedingt erstmal Nordkermann ausschalten. Das war erstmal wichtiger. Das wäre, äh, sonst irgendwann schiefgegangen. Also der hat ja dann jetzt schon zum Gegenpush ausgeholt. Ich glaube, das hier ist auch eine Provinz von ihm. Äh, von, von, von Aquila die Provinz ursprünglich gewesen. Die könnten wir ihm im Zweifel auch wieder zurückgeben. Da werde ich mal mit ihm noch schreiben, ob er die wieder haben möchte. Da hätte ich jetzt prinzipiell kein Problem mit. Ähm, oder wir sagen einfach, er kriegt hier eine Holzprovinz. Das wäre vielleicht noch eine Idee, dass er hier die Holzprovinz bekommt. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Ähm, da werden wir, denke ich, mal auf jeden Fall eine Lösung finden. Wir werden aber hier die Festung mal abbrechen. Dann kriegen wir nochmal ein paar Ressourcen wieder. Das wird wichtig sein, weil wir fangen jetzt an, Tag 6, ähm, für Tag 8 zu sparen. Dann können wir schon mal überlegen. Ähm, ich werde auch mal hier die Fabriken schon mal in Auftrag geben. Einmal hier, dann hier definitiv eine für recht schnelle Kreuzer. Hier eine. Ah, jetzt geht's gerade wieder nicht. Und, genau, dann werden wir mal gucken. In Richtung unserer Doppelölprovinz wäre das vielleicht auch noch ganz gut, da noch eine Fabrik zu bauen, aber das ist auf jeden Fall noch zu früh. Und ansonsten hatte ich dann gestern noch eine Eisenbahn in Auftrag gegeben. Die ist jetzt schon fast soweit. Ähm, und ich denke mal ein bisschen mehr Material würde uns nicht schaden. Es ist ganz gut, wie das jetzt hier läuft. Und ja, ähm, ansonsten wird sich Eskiger jetzt hier im Norden ausbreiten. Er wird über Khorusan gehen, dann über Luristan, ähm, Richtung, ja, Richtung dem Osmanischen Reich. Dann die im Osmanischen Reich, also sprich, Beom Fox, Paul und Isco werden Richtung Osten gehen. Also Isco wird hier primär die arabische Halbinsel nehmen und die beiden werden hier sich, sag ich mal, so ein bisschen bis hierhin ausbreiten. Der Plan ist so ein bisschen, die Grenze hier ungefähr in Mosul und Bagdad zu ziehen. Also, dass wir bis dahin erstmal kommen und dann nach Norden abdrehen, beziehungsweise wir vielleicht nach Osten abdrehen. Also Eskiger sich dann hier um den Bereich kümmert. Ähm, Aquila kann ja dann hier theoretisch hochziehen. Wir ziehen dann hier hoch. Und dass wir das so dann erstmal alles gesichert bekommen, aber dass wir dann hier erstmal auf jeden Fall eine freie Grenze haben Richtung Süden und Richtung Westen und dass wir dann halt nur noch zwei Grenzen haben, äh, gegen die wir uns irgendwie absichern müssen, gegen die wir kämpfen müssen. Ansonsten, ähm, Ägypten, sehr erfolgreich. Ähm, weiterhin, der macht sein Ding, Seapax. Ist ja unser Community-Mitglied, auch sehr erfahren auf 500er Karten. Ähm, der macht hier so sein Ding. Ähm, kriegt das alles hin. Ich weiß jetzt gar nicht, baut er Eisenbahnen, sieht nicht. Doch, hier wird eine Eisenbahn gebaut. Okay, also es sieht doch so aus, als ob er zumindest ein bisschen was an Material zur Verfügung hat. Aber eine Eisenbahn hält sich auch in Grenzen. Ähm, Aquila baut jetzt zumindest schon mal ein Haft. Ah, ne, das sind wir. Äh, ja, Aquila baut, glaube ich, noch nix. Der hat auch Ressourcenprobleme, so ein bisschen. Genau, der hat Materialprobleme. Da wird jetzt noch eine Festung gebaut, einfach weil hier, äh, Loisthahn so ein bisschen sich aufbaut. Und Eskiker, ja, der hat auch so ein paar Materialprobleme. Der baut jetzt auch seine ersten Eisenbahnen. Ich staune, dass er hier keinen Auftrag gegeben hat. Hätte ich wahrscheinlich sogar gemacht gehabt, einfach damit die Eisenbahn schon baut. Ich meine, das kann ja prinzipiell nicht schaden. Das ist ja, wenn es dann ein bisschen länger dauert. Aber man hat dann trotzdem das Material, was sich, äh, entwickelt. Das ist ja dringend immer nicht das Problem. Was wir machen werden, wir werden relativ zeitnah dann unsere Stadt, äh, unsere Hauptstadt auch in den Norden verlegen. Bei mir ist das hier an der Grenze einfach zu, 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 zu riskant. Ähm, dass hier der Oman vielleicht doch mal eine Idee hat. Und das wäre auf jeden Fall nicht so gut. Wir werden auch, glaube ich, hier mal ein Speer aufs Meer schicken. Ich denke, das kann nicht schaden. Genau, damit steht der Plan. In der Nacht hier der Angriff jetzt auf Kurstan, hoffentlich der finale Schlag. Ähm, ich werde da mal mit Eskiker sprechen. Vielleicht können wir uns hier die Doppel-Gas-Provinz noch snacken. Ähm, müssen wir da einfach mal gucken. Aber ich denke mal, unterm Strich sollte das hier alles kein Problem sein. Es ist ein bisschen kritisch. Wir haben eine relativ kleine Armee jetzt mittlerweile. Aber wir sollten das auf jeden Fall hinbekommen. Und ich glaube, wir haben sogar die kleinste von den dreien jetzt hier mittlerweile. 102, genau. Und 288. Ja, wir haben die kleinste Armee. Aber es wird, es geht ab jetzt bergauf, hoffentlich. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.